Für Courtney, 39 geht es in Sachen Liebe offenbar endlich wieder bergauf. Nach der endgültigen Trennung von ihrem Langzeitfreund Scott Disick, 35, hatte die Keeping Up With The Bekanntheit bereits einige lockere Beziehungen, ihr letztes Techtel-Mächtel mit Toyboy Luca Sabbatiet, aber nicht lange und auch die Liebschaft mit dem Mystery-Mann. Scheint nun wieder vergessen, dafür soll die dreifache Mutter nun mit Travis Barker, 43, tuteln. Laut eines Insiders von Radar Online würden sich die langjährigen Freunde seit Courtney's letztem Liebes aus näher und näher kommen, und zwar, bis zu dem Punkt, an dem er mittlerweile heimlich bei ihr übernachtet. Kein Wunder also, dass der Musiker in letzter Zeit nahezu jeden Netzpost von Courtney's gelegt hat. Diese Kette von Ereignissen habe die Geschäftsfrau allerdings nicht kommen sehen. Ihre Freundschaft entwickelt sich definitiv zu einer Romanze, was sie überrascht hat. Sie ist dabei, sich in ihn zu verlieben, will der Kontakt wissen. Dabei soll der Drama der Band Blink-182 schon immer Interesse an dem Reality-Star gehabt haben. Während Courtney zuvor allerdings ihren Toyboy-Fantasien nachgegangen war, habe Travis geduldig auf sie gewartet. Nun sei seine Angebetete aber endlich bereit, sich wieder auf etwas Ernstes einzulassen. Ethan Miller, Getty Images-Schlagzeuger Travis Barker im Mai 2018 in Las Vegas Anzeige Getty Images Courtney, Reality-Star-Anzeige Getty Images Travis Barker Musiker Anzeige Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an tips-it-promiflash.de Sein Anh论 Resort Beef Sein Anh Sein Anh Bis zum nächsten Mal.